Obwohl ich mache jetzt viel Sport im Moment, ich räume auch gerade ein bisschen auf. In der Wohnung, ich mache hier Marie Kondo, diese Netflix-Frau, diese Japanerin. Du auch? Räumst du auch gerade auf? Die sagt doch, du sollst alles in der Wohnung anfassen und das muss dann noch ein Glücksgefühl auslösen. Wenn nicht, muss das weg. Da habe ich gedacht, geil, wenn ich alles aus meiner Wohnung raus tue, was mir kein Glücksgefühl mehr gibt, wisst ihr, was dann noch übrig bleibt? Eine Packung Vanilleeis und eine Flasche Gin. Und im Feng Shui, im Feng Shui, da sagen sie ja, alles soll weg, was du ein Jahr nicht angefasst hast. Hm, das auch. Geil, ich stelle mir dann immer vor, wie unten auf der Straße so Jungs stehen, so, musstest du auch weg? Ja, ja, ich musste auch weg.